Hallo YouTube und Willkommen bei diesem Video. Heute wollte ich euch einen YouTube Kanal vorstellen. Er heißt Mark Let's Play Drache. Ich werde bei dem Kanal einen Link in die Infobox machen. Und da könnt ihr den Besucher und seine Videos angucken. Mit seinen Augen natürlich und nichts anderes. Also mit seinen Augen. Und jetzt habe ich auch zwei YouTube Kanäle. Mein erster Kanal heißt Sasa Sebastian Schöler oder der Lustige. Ich werde das auch in die Infobox unten rein machen. Und mein zweiter heißt Sasa Sebastian Schöler 2.0. Ich werde das auch in die Infobox machen. Und bei meinem zweiten Kanal habe ich 200 Abonnenten bis 201. Und ja, bei meinem ersten Kanal, Sasa Sebastian Schöler, habe ich so 940 bis 50. Nicht so viele, nicht so viel als bei meinem zweiten, aber gut. Und der Kanal mag Let's Play Drache. Ich müsste jeden Fall gucken. Ja, ist voll cool. Nein, es passt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in 3, 2, 1, 0. Peace. Und jetzt machen wir es gleich. Alles. Vielen Dank.